Was ist die DATA-Daten? Kurz gesagt, verstehen wir unter Big Data sehr große digitale Datenmengen, die schnell zur Verfügung stehen und nicht mit herkömmlichen Methoden verarbeitet werden können. Bei DISTATUS sprechen wir in Abgrenzung von Befragungs- und Verwaltungsdaten, welche wir derzeit vorrangig nutzen, von neuen digitalen Daten. Wir versprechen uns von den neuen Datenquellen eine schnellere Verfügbarkeit, eine höhere Präzision, also eine räumlich feinere Darstellung und grundsätzlich eine Entlastung der befragten Personen. Derzeit untersuchen wir gemeinsam mit den Statistischen Landesämtern die Nützlichkeit ganz verschiedener Datenquellen, zum Beispiel von Satelliten- und Mobilfunkdaten, sowie von Methoden wie Webscraping, also das maschinelle Kopieren von Informationen aus dem Internet. Bei den Mobilfunkdaten untersuchen wir unter anderem, ob wir mit diesen Daten die Mobilität der Bevölkerung besser abbilden können. Da wir hohe Anforderungen an Datenschutz und Qualität stellen und ein dauerhafter Zugang zu den Datenquellen gewährleistet sein muss, bevor wir damit Statistik machen können, sind wir hier aber noch in der Testphase. Bei Satellitendaten erforschen wir ebenfalls verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Der derzeit erfolgversprechendste ist ein Einsatz im Bereich der Landwirtschaft zur Verbesserung der Statistiken über Landbedeckung und Landnutzung. Mit neuen digitalen Daten können wir die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung besser aufzeigen. Beispielsweise könnte es uns mit Mobilfunkdaten besser gelingen, die Mobilität der Bevölkerung im Tagesverlauf aufzuzeigen. Ich sage auf jeden Falle mit Herrn und Family. Ich gehe jetzt allein mit catchen. Hier ist ein Metallgew"? Vielen Dank.